Entdecken Sie mit Ihrem neuen Tolino Shine die Leichtigkeit des Lesens. Der Tolino Shine ist Ihr perfekter Begleiter für digitales Lesen. Augenschonend, flimmerfrei und ohne lästige Spiegeleffekte. Das hochauflösende E-Ink Pearl Display ist das Herzstück des Geräts. 6 Zoll und die optimierten Schriftarten sorgen dafür, dass Sie Ihre Lieblings-E-Books ganz vertraut wie auf Papier lesen können. Sogar bei direktem Sonnenlicht. Selbst bei absoluter Dunkelheit sorgt das Shine Display mit seiner stufenlos einstellbaren Beleuchtung für ein gestochen scharfes Lesevergnügen. Ganz egal ob im Bett oder bei Sonnenschein, Sie lesen immer unter optimalen Bedingungen. Die Bedienung des Tolino Shine ist dabei kinderleicht. Dank des Touchscreens können Sie bequem blättern, laden und E-Books kaufen ohne lästiges Knöpfe drücken. Mit individuellen Einstellungen können Sie für sich das optimale Leseerlebnis schaffen. Wählen Sie zwischen sieben Schriftgrößen und zusätzlich zum Verlagsstandard unter fünf Schrifttypen aus. Die revolutionäre Silbentrennung sorgt dabei immer für einen ruhigen Textfluss, auch wenn Sie eine große Darstellung bevorzugen. Eine Volltextsuche, Lesezeichen und viele weitere Funktionen runden die komfortable Bedienung ab. Der Tolino Shine ist ein Kraftpaket. Einmal aufgeladen hält der Akku dank intelligentem Stromsparmanagement bis zu sieben Wochen lang. Genug für jede längere Urlaubsreise. Und damit mehr Platz in Ihrer Tasche bleibt, hat der Tolino Shine eine Speicherkapazität für bis zu 2000 E-Books. Über eine Micro-SD-Karte können Sie diesen Speicher sogar auf 32 GB erhöhen. Damit Ihnen der Lesestoff nicht ausgeht, ist für eine riesige E-Book-Vielfalt gesorgt. Der integrierte Shop lässt Sie in einem Angebot von über 300.000 E-Books stöbern. Das gekaufte Buch ist blitzschnell per WLAN auf Ihrem Tolino Shine. Sie benötigen dazu keinen separaten Computer. Auch das Dateiformat Durcheinander ist für Sie nun kein Thema mehr. Einmal gekauft, können Sie dank des offenen Systems Ihre E-Books ebenso auf anderen Geräten, wie iPhone, iPad, Mac oder PC lesen. Leichtigkeit bietet dabei unsere Cloud. In diesem externen Speicher finden all Ihre gekauften E-Books sowie eigenen Dokumente Platz, welche Sie jederzeit wieder abrufen können. Aber nicht nur das, die Cloud merkt sich Ihren Lesefortschritt. Fangen Sie am Tolino Shine zu lesen an und machen Sie an der richtigen Stelle am iPhone weiter. Leichter können Sie die Welt der E-Books nicht erleben. Jetzt bei Weltbild informieren. Online oder in unseren Filialen.